Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hm. Mhm. I know all the world's a stage and shit, but I'm not an actor. Really? I see you acting like you're tough all the time in school. I... That... Damn it. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. That blows. Well... Shit. That was my last quarter. You... Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Boom. Yeah, we have another message. Meikiiii. Was do you want to know? Eh... Tut mir leid wegen Churu Nicht deine Schuld Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch Nur die meiste Zeit Vergiss es Sieht aus wie dieser Das könnte tatsächlich funktionieren Infotafel Gut Mit dem richtigen Werkzeug Und es finden wir bestimmt hier Eichwünschen Hallo Und dann kommen die Vögel an Jetzt? Sie sind echt schön schnell da Super Okay Ähm Wir brauchen irgendwie Werkzeugmäßig was Ich aber da was finden Wir brauchen Huuu 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 We might have some left over food and we're done What? No, I'm not What kind of food? This place has really gone downhill Shhh Shhh She's right there Huuu 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 Ok, jetzt. Flor, Iod. Ne, Iod. I, Iod. Iod, wieso Iod? Oh man. Flor, Iod, Kohlenstoff, Kalium, Zellur, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das im Periodensystem fickt euch liest? Ich habe dafür Ärger bekommen. Du, Flor, Sauerstoff, Talur, Selen. Du hast mich gerade eine Vodace genannt. Ne, Talur ist die Ehe und Selen ist die Ehe. Richtig, bis du so tot bist. I, das war's wert. Sorry, aber das war's wert. Hm. Ich. Das ist immer so einfach in den Film. Ich weiß, ob ich etwas besser benutze. Hm. Ich. Boah, ich sitze mich halt unter Stress. Stimmt mit dir nicht, Mädel. Warte mal, ich könnte probieren, ihn anzubieten, den Autoschlüssel rauszuholen. Gucken, ob das geht. Nein. Und was ist schlimmer, als für Veränderung? Veränderung für Veränderung und zu verlieren. Die haben ein Messer, ich will das Messer haben. Tutempfahl? Wow, das ist ein Schuss. Ja, das ist offiziell. Ich lerne viel mehr über die Schule, als ich in der Klasse mache. Ein Totem des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung, sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salish und anderen Stämme. Und andere Stämme. Ja. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Und das Schöne an dem Text ist, dass er uns nicht weiterhilft. Ah. Das können wir aber abschrauben jetzt. Ha. Äh. Die Lagerpfeile, könntest du was kurz zurückgeben. Stealing a Dedication-Plate takes Persistence. Steff. Äh. Ich habe gepasst, weil sie ist auf dem Kriegspfad. Oh nein. Anstatt. Ich versuche nur zu helfen. Aha. Replikanten. Dann müssen wir zusammenhalten. Äh. Yo. So. Das soll da funktionieren. Marscat Power. Aktiviert. Das soll da funktionieren. Ich bin. Das war genug für mich. Your MacGyver skills are second to none, except, probably, MacGyver. Rachel smells like... Jasmine? Is she smelling me right now, too? Really should have showered this morning. Alright, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Hmm. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Alright. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. Oh, man. Hmm. What's going on with these two? Oh, this is good. I have to say, it makes some fun. Loving this guy. What's he thinking right now? No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful in its own way. Do you have any more? Please, do you have any more? This is fun. Who's next? Oh, sorry. Didn't mean to hug the viewfinder. Oh, jackpot. Commence makeout session in three, two, one. Nailed it. Damn. They are really going at it. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. I have the strong belief that that Rachel's father was, the one there is. They have a bottle of wine. Let's steal it. Uh, okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And, fuck it. I just want to take something that's not mine. Alright. I'm going in. Try to keep up. Um, can we help you? Oh, my God. Holy shit. Pfff, voll der Klassiker. Please, this girl is in trouble. Don't get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. Who are you waiting for? Go! I've seen this kind of thing before. This woman clearly has a wound that needs to be sterilized. Do you happen to have any alcohol? I didn't see a wound. Look closer. In the meantime, I'll search for the booze. Okay, that's what's wrong. Rachel, run! What the hell? So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. Boah, safety. I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. We're leaving now. And you can't behhhh. Go on.